Jo, der Fall ist noch nicht zu den Akten gelegt. Und zwar ist die, wie ist sie jetzt? Moment, muss mal Hand wechseln. Rebecca Reusch, das Foto ist hier auch, falls ihr sie gesehen habt, bitte sofort der Polizei Bescheid sagen. Rebecca Reusch aus Berlin ist seit 5 Monaten verschwunden, vermisst. Und das Häftige daran ist, dass sie von verschiedenen Zeugen hier und da gesehen wurde. Also sie ist 15, sie ist dann auch nicht wieder aufgetaucht. Und die Polizei steht da so ein bisschen vor dem Rätsel, weil sie, wie gesagt, hier und da mal gesehen wurde, aber eben sich nicht meldet. Also erst war jemand innerhalb der Familie verdächtigt, das hat sich aber nicht bewiesen, der wurde dann wieder freigelassen. Es ist schon wirklich komisch, also sie ist verschwunden und taucht und hier und da mal wieder auf. Natürlich gibt es auch Mädels, die sich...